Ich glaube, jedes Spiel ist ein anderes Spiel und das hat auch gar nichts mit dem Gegner zu tun, sondern bei Bochum reden wir über eine Mannschaft, erst mal nach elf Jahren wieder in der Bundesliga aufgestiegen. Eine sehr kampfstarke Mannschaft, eine Mannschaft, die eine klare Struktur hat. Seit Thomas Reis, das Ruder da übernommen hat, mit sehr, sehr vielen, nicht nur insgesamt Punkten, sondern auch ganz wenige Auswärtsspiele verloren. Ja, sie stehen sehr, sehr kompakt, sie haben klaren Plan, sie wissen, wie sie über die Außen relativ schnell nach vorne kommen, spielen sehr geradlinig und von der Warte her wird das immer ein anderes Spiel als das Spiel davor. Grundsätzlich wird es darum gehen, dass wir zu Hause spielen, dass wir natürlich schon gucken wollen, dass wir unsere Heimspiele nicht nur gewinnen, sondern auch dementsprechend auch von der Leistung her gestalten. Darauf wird es ankommen. Wir wissen nicht genau, was laufen wird, wir wissen, was wir vorhaben, wie wir es wollen. Ich glaube, das ist klar und alles andere werden wir dann auf uns zukommen lassen. Aber ein steht fest, wer davon ausgeht, dass es nur ein Aufsteiger ist, der hat dann schon verloren. Und das wissen wir und da wird viel auf uns zukommen, das wird ein sehr enges Spiel. Da geht es gar nicht um Geduld, sondern es geht einfach darum, die eigenen Sachen umzusetzen. Und da werden wir sehen, wie gut uns das gelingt. Also das, was Luca erstmal hat, ist ein Spieler, wo wir ja auch, wir haben ja im Sommer gesagt, dass wir einen etwas anderen Weg gehen wollen, gerade auch was mit Perspektivspielern ausgeht oder mit Spielern, die wir dann weiterentwickeln wollen. Luca ist erstmal ein sehr, sehr junger Spieler, für mich einer der talentiertesten in Verteidiger, die wir haben. Jetzt nicht nur in Köln, sondern insgesamt. Und er muss einfach gucken, dass er in Spielpraxis kommt, dass er sich weiterentwickelt. Und das hat er jetzt über ein Jahr nicht machen können. Und das versuchen wir mit ihm. Und das ist ein ganz normaler Prozess, ein langer Weg. Das, was ihn auszeichnet, ist einfach, dass er meines Erachtens, wenn man ihn lässt, ein gutes Aufbauspiel hat und gleichzeitig eine gute Geschwindigkeit auch nach hinten hat. Was du gerade brauchst, wenn du sehr, sehr offensiv agierst oder eben immer wieder nach vorne schiebst, ist schon ganz gut, wenn der eine oder andere Innenverteidiger den einen oder anderen noch einholen kann. Und da sehe ich Vorteile für ihn. Und trotzdem muss ich sagen, bin ich ja nicht unzufrieden mit dem vorher, was wir hatten. Und deswegen wird er sich reinarbeiten. Und dann gucken wir mal genau, wie lange und wie es dauert.